Auf der Flash-Arbeit würde ich nie wieder was hören. Bitte. Aber du hast es erzählt. Ja, voll. Also ich war dann dort mit diesem ultra süßen Typ, wirklich ultra süß. Und dann sagte ich... Hey, der Happy Typ auf der Bahn. Schau dir diese Zeit hinterher. Wo? Ja, hinter dir. Ich geh schon aufs Klo, ich komm gleich. Jetzt. All I want, all I want, all I want is satisfaction. Oh, oh, oh! Und in der Zwischenzeit, am liebem. Und etwas. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Deine Musketiere brauchen dich. Ja, ich glaube, die Musketiere sind heute zu zweit erfolgreich als zu dritt. Ich mag wirklich heim. Dann komm gut nach Hause. Und lass dich nicht von irgendwelchen Typen anquatschen. Mhm. Ciao. Ciao, Süßen. Ciao. Bye. Ciao. Hey, Puppe, ich brauch's da Taxi. Was ist das? Ah, das war's. Oh. 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 Oh, Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Na? Was macht denn so ein hübsches Mädel alleine auf der Straße? Lassst du mich bitte durch? Mein Freund steht dort vorne. Ja klar, ich bring dich rüber, oder? Nicht, dass es uns passiert. Das schaff ich schon alleine. Komm, ich begleite dich nach Hause. Ja? Schau, wie lieb ich bin. Okay, lass mich los. Hör auf! Hör auf! Hey! Ich los mit dir, Mann! Lass uns sofort los! Oh, tschüss, mein Lieber, Mann. Ich hab die ganze Zeit schon gerufen. Komplett. Was ist mit dir? Die Tusi kann es eh behalten. Ist alles okay? Ich will einfach nur nach Hause, echt. Hey, du bist doch der Typ aus dem Club, der mir aufs Klo gefolgt ist. Warum verfolgst du mich? Hä? Verfolgen? Wir haben uns an der Bar getroffen und dann sind wir uns beim Klo nochmal begegnet. Und? Warum gehst du mir nach? Was willst du von mir? Erstens, ich wohne da um die Ecke. Und zweitens, ich hab dein Handy bekommen von so einem Mädchen. Du hast es anscheinend am Klo vergessen. Und jetzt hab ich's dir mitgenommen. There you go. Danke. Hey, die Polizei sollte eh jeden Moment hier sein. Du musstest echt melden. Weil solche Leute dürfen dich da rumlaufen. Hey, wenn du nicht gewesen wärst. Danke nochmal. Hier. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Ich weiss. Unsere Ecke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020